In einer überraschenden Enthüllung hat Anna Amakova eine Nachricht verkündet, die nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch Helene Fischer überrascht hat. Die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker, Anna Amakova, bestätigte in einer öffentlichen Erklärung, dass sie einer romantischen Beziehung mit Thomas Seidel eingegangen ist. Die Nachricht kommt besonders überraschend, da Thomas Seidel in der Vergangenheit mit Helene Fischer in Verbindung stand. Der Tänzer und Choreograf war jahrelang der Lebensgefährte der erfolgreichen deutschen Schlagersängerin. Die Trennung der beiden im Jahr 2018 sorgte damals für Schlagzeilen und ließ viele Fans spekulieren. Anna Amakova, die selbst als Model tätig ist, nutzte ihre Social-Media-Plattform, um die Neuigkeiten mitzuteilen. In einem emotionalen Post erklärte sie, dass sie und Thomas Seidel sich lieben und nun eine gemeinsame Zukunft planen. Die Bekanntgabe erfolgte mit einem Bild, auf dem das Paar glücklich und verliebt zu sehen ist. Die Reaktionen auf diese Nachricht ließen nicht lange auf sich warten. Während einige Fans die beiden für ihr Glück beglückwünschten, gab es auch kritische Stimmen, die das Timing und die Verbindung zu Helene Fischer bemängelten. Fischer, die nach der Trennung von Thomas Seidel ihre Beziehung zu Schlagerstar Florian Silbereisen öffentlich machte, hat bisher nicht öffentlich auf die Neuigkeiten reagiert. Die Liebesbekundung von Anna Amakova und Thomas Seidel wird zweifellos die Schlagzeilen dominieren und die Aufmerksamkeit der Medien auf sich ziehen. Die Frage, wie Helene Fischer auf diese Enthüllung reagieren wird, bleibt abzuwarten. Es scheint, als hätte die Schlagerwelt ein neues Kapitel in Bezug auf Beziehungen und Liebesgeschichten aufgeschlagen. Damit hatten die meisten wohl nicht gerechnet, Anna Amakova brachte mit Behind Blue Eyes eine Single heraus. Dabei war die Tochter von Boris Becker bis dato eigentlich nicht für ihr Gesangstalent bekannt, doch jetzt überholte sie sogar Schlagerkönigin Helene Fischer. Dass Anna Amakova tanzen kann, ist spätestens seit ihrem Letztdance-Erfolg im vergangenen Jahr bekannt. Und der 23-Jährigen scheint die Musik wirklich im Blut zu liegen. Vor wenigen Tagen brachte sie ihre erste eigene Single auf den Markt. Sie coverte den Song Behind Blue Eyes von der britischen Rockband The Who. Anna Amakova, hier heißt sie besser als Helene Fischer. Wie die TZ berichtet, teilte Anna Amakova auf ihrem Instagram-Kanal jetzt ein echtes Erfolgserlebnis mit ihren Followern. Nur zwei Tage nach Veröffentlichung der Single haben das YouTube-Video dazu über 500.000 Menschen angesehen. Am Dienstag, 16. Februar, waren es sogar schon 960.000 Klicks. Und bei diesem Wert kann selbst Rekordjägerin Helene Fischer nicht mithalten. Sie stellte am selben Tag ein Video von 0 auf 100 von ihrer Rauschtour online. Sie konnte bis zum besagten Tag lediglich 200.000 Aufrufe verzeichnen. Anna Amakova kassierte kürzlich ordentlich Kritik. Außerdem darf sich Anna Amakova zusätzlich über die Spitzenposition bei iTunes freuen. Ich danke jedem Einzelnen von euch und kann das alles nicht glauben, hieß es von ihr dazu. Dabei hagelte es nach ihrem Auftritt bei Florian Silbereisens Schoßschlager-Champions ordentlich Kritik, wie die TZ weiterhin berichtet. Zahlreiche Zuschauer kritisierten unter anderem den Einsatz von Playback. Na, ihren Kritikern hat es Anna Amakova jetzt gezeigt. Die TZ weiterhin berichtet, wie die TZ weiterhin berichtet. Die TZ weiterhin berichtet, wie die TZ weiterhin berichtet. Die TZ weiterhin berichtet, wie die TZ weiterhin berichtet.